In diesem Video zeige ich dir die Berechnung von einem Rohr und zwar einer Querschnittsfläche. Und wenn wir von einem Rohr eine Querschnittsfläche berechnen, dann handelt es sich hier um einen Kreisring. Schauen wir uns die genaue Aufgabenstellung an. Wir haben ein Rohr mit einem lichten Durchmesser von 2,4 cm und einer Breite von 2 mm. Zu berechnen ist die Querschnittsfläche, also der Flächeninhalt. Wenn wir die Angabe lesen, sind zwei Punkte sehr wichtig. Und zwar zum einen das Wort Lichtendurchmesser. Wenn dieses Wort hier steht, dann handelt es sich hier immer um den inneren Durchmesser. Bei einem Kreisring haben wir zwei Durchmesser. Und Licht heißt innerer Durchmesser. Und der zweite wichtige Punkt, wo wir aufpassen müssen, wir haben eine Angabe in Zentimeter. Und die zweite Angabe in Millimeter. Wie immer ist in solchen Fällen eine Skizze sehr hilfreich. Hier sieht man das Rohr natürlich nicht maßstabsgetreu. Aber dann sieht man den Kreisring besser. Hier sieht man den lichten Durchmesser von 2,4 cm. Und die 2 mm, die Rohrstärke, habe ich hier schon umgewandelt in Zentimeter. 2 geteilt durch 10 ergibt 0,2 cm. Jetzt haben wir schon gleiche Angaben. Und der wichtigste Punkt bei dieser Aufgabe ist nicht die eigentliche Berechnung des Flächeninhalts, sondern die richtige Berechnung der zwei Radien, die wir für den Flächeninhalt brauchen. Der Kreisring besteht ja aus im Prinzip zwei Kreisen. Und der Flächeninhalt wird berechnet, indem man vom großen Kreis den kleinen Kreis abzieht. Doch nun zur Berechnung der beiden Durchmesser. Die Vorbemerkung Rg steht für großer Radius und Rk für kleiner Radius. Wenn wir uns noch einmal die Skizze von vorher anschauen, dann sehen wir, den Durchmesser haben wir angegeben gehabt. Der Radius ist die Hälfte vom Durchmesser. Das merken wir uns jetzt einmal für die Berechnung. Und was wir uns auch merken sollten, der größere Radius setzt sich zusammen aus dem kleineren Radius, also Rk, plus der Stärke des Rohrs. Schauen wir uns das hinsichtlich der Berechnung an. Berechnen wir in einem ersten Schritt Rk, also den kleinen Radius. Und den berechnen wir, indem wir den angegebenen Durchmesser durch zwei dividieren. Der angegebene Durchmesser war 2,4 cm. Die Hälfte von 2,4 cm ist 1,2 cm. Damit habe ich den kleinen Radius ermittelt. Und jetzt kommen wir zur Ermittlung des großen Radius. Ich schaue extra noch einmal auf die Skizze Rk plus B. Der große Radius setzt sich zusammen aus dem kleinen Radius plus B. Die Rohrstärke hier in diesem Fall 0,2 cm. Das können wir jetzt berechnen. Wir ersetzen wie immer die Variablen durch Zahlen. Rk ist 1,2 cm. Und die Rohrstärke ist 2 mm. Oder in diesem Fall 0,2 cm. Eine einfache Rechnung. 1,2 plus 0,2 ergibt 1,4 cm. Und damit haben wir die wesentliche Voraussetzung erfüllt. Wir haben die beiden Radien berechnet. Der kleinere Radius, der Inkreisradius, der beträgt 1,2 cm. Und der große Radius, der beträgt 1,4 cm. Damit kommen wir zur Berechnung der Fläche. Da könnte man jetzt zwei Flächeninhalte berechnen. Einen großen Flächeninhalt und einen kleinen. Das kann man aber auch zu einer Formel zusammenfassen. Und ich verwende diese Formel gerne, weil sich hier wirklich eine Abkürzung darstellt. Und sie lautet Pi mal Klammer großer Radius zum Quadrat minus kleiner Radius zum Quadrat. Im nächsten Schritt ersetzen wir wieder die Variablen durch die Zahlen, die wir eben vorher berechnet haben. Pi mal der große Radius beträgt 1,4 cm. Der kleine Radius 1,2 cm. Jeweils zum Quadrat. Und das können wir mit dem Taschenrechner berechnen. Vielleicht hier noch der Hinweis. Immer zuerst die Klammer berechnen. Ist gleich drücken. Und dann mal Pi. Dann passiert garantiert kein Fehler. Und wenn wir das ausrennen, dann erhalten wir als Ergebnis 1,63 cm². Und das war es auch schon. Was jetzt noch fehlt, ist ein Antwortsatz. Die Querschnittsfläche des Rohrs beträgt 1,63 cm².